Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsanats und herzlich willkommen zur dritten Folge von meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESP Home? In den ersten beiden Folgen haben wir uns ja die Grundlagen und die vier Arten des Flashens unserer Software auf unseren ESP angeschaut. Heute möchte ich noch einen weiteren Grundstein legen, bevor wir wirklich in die Programmierung einsteigen und zwar möchte ich mir mit euch gemeinsam ansehen, welche Möglichkeit man hat und was es alles zu beachten gibt, wenn man die WLAN-Einstellungen im Programm vornimmt. Solltet ihr ein Video verpasst haben oder einfach eine Gesamtübersicht haben wollen, welche Videos bisher alles erschienen sind, dann schaut mal oben in die Infobox, da verlinke ich auf jeden Fall die gesamte Playlist zur ESP Home Tutorial-Serie. Ansonsten möchte ich jetzt hier an der Stelle gar nicht groß rumquatschen, sondern ich würde sagen, wir wechseln sofort runter ins Büro und legen direkt los mit den WLAN-Einstellungen in ESP Home. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du zehn zweilagige Platinen für nur fünf Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Starten wir also direkt im ESP Home. Hier seht ihr, unser angelegtes Projekt aus den letzten beiden Videos ist auch schon online. Also wechseln wir direkt in den Bearbeiten-Modus. Ich klicke dafür mal auf Edit und hier seht ihr den schon bekannten Programmcode. Wir wissen also jetzt, dass unsere API-Kommunikation zwischen ESP Home und unserem Home Assistant bereits funktioniert und zwar über unsere WLAN-Einstellungen. Das heißt, unser ESP Home-Gerät weiß schon, welche SS-ID und welches Passwort es verwenden muss, um in unser WLAN zu verbinden. Aber es erhält aktuell zum Beispiel die IP-Adresse noch per DHCP, also eine automatisch zugewiesene IP-Adresse. Wenn wir das nicht möchten, sondern eine statische IP-Adresse vergeben möchten, dann geht das natürlich auch und zwar wie folgt. Wir fügen hier unter dem Wi-Fi-Block einfach mal folgendes ein und zwar Manual IP. Hierbei ist wieder zu beachten, dass wir zwei Leertasten vor dem Manual-IP-Doppelpunkt angeben müssen, denn dieser Wert gehört ja zu dem Eintrag Wi-Fi, ist diesem also untergeordnet und das kennzeichnen wir, wie wir schon gelernt haben, mit zwei Leertasten davor, also durch eine Einrückung. Dieser Eintrag Manual IP hat dann wieder drei weitere Untereigenschaften, die wir angeben müssen und dazu gehört einmal static-ip. Da sage ich jetzt einfach mal 192.168.5.212. Hierbei müsst ihr natürlich darauf achten, dass die IP-Adresse in eurem Netzwerk noch nicht vergeben ist. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht, dann kommen sich die Geräte in die Quere. Als nächstes müssen wir ihm angeben, über welche IP-Adresse er andere Netzwerke erreichen kann, also zum Beispiel Internetzugriff bekommen kann. Das machen wir mit dem Eintrag Gateway. In der Regel dürfte das der Router sein, also bei mir die 192.168.5.1 und dann als letzter Pflichtparameter fehlt noch die Subnetzmaske und die geben wir an mit Subnet. In der Regel dürfte das sein die 255.255.255.0. So und das war erstmal auch schon der einfachste Fall für eine statische IP-Adresse. Wer möchte, kann jetzt hier noch einen DNS-Server bzw. genau genommen zwei DNS-Server angeben. Ich trage jetzt mal nur einen ein und zwar mit DNS1 Doppelpunkt und das ist bei mir auch der Router mit der 192.168.5.1. Optional hat man hier auch noch die Möglichkeit mit DNS2 einen zweiten DNS-Server anzugeben. Das lasse ich jetzt einfach mal weg und ich würde sagen, wir testen das Ganze mal. Ich klicke jetzt hier mal auf Install, sage Plug into this Computer, wähle das Gerät aus und sage Verbinden. Jetzt sehen wir hier schon, das Gerät wird gerade neu gestartet, um zu flashen. Deshalb geht es jetzt hier auf Offline. Das neue Programm wurde installiert und wenn wir jetzt, nachdem das Gerät wieder online ist, mal in die Logs gucken, sollten wir jetzt als IP-Adresse die 2.1.2 am Ende sehen. Und da kommt sie auch direkt 192.168.5.212. Hier sehen wir auch nochmal unsere Angaben wie Gateway DNS1 und dass wir keinen DNS2-Eintrag angegeben haben. Also das hat schon mal funktioniert. Schauen wir uns jetzt einmal die Dokumentation der WiFi-Komponente von ESPHome an und hier sehen wir, so in etwa sieht unsere Konfiguration derzeit auch aus. Wir haben unser WiFi mit SSID und Passwort und wir haben eine manuelle IP konfiguriert mit IP, Gateway und Subnet. Wenn wir jetzt hier mal die Parameter uns anschauen, dann sehen wir, wir könnten hier auch eine Liste von mehreren Netzwerken angeben. Dadurch wäre der ESP in der Lage, wenn er den Standort wechselt, an mehreren Standorten in die entsprechenden WLAN-Netzwerke zu verbinden. Auf diesen Punkt möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber vielleicht einmal ganz kurz gezeigt. Anstatt SSID und Passwort direkt unter WiFi anzugeben, würden wir für den Fall, dass wir mehrere WLAN-Netzwerke hinterlegen möchten, unter WiFi den Eintrag Networks angeben und unter Networks dann mit Minus vorangestellt die einzelnen Einträge der jeweiligen WLAN-Netzwerke. Für jedes WLAN-Netzwerk braucht er dann immer die SSID und das Passwort. Den Punkt Manual IP mit seinen fünf Unterparametern haben wir jetzt gerade uns auch schon angesehen. Sollte es aus bestimmten Gründen notwendig sein, dass die Adresse, über die ihr per OTA flashen möchtet, von der vergebenen IP-Adresse abweicht, dann habt ihr hier die Möglichkeit mit dem Parameter USE ADDRESS diesen Wert zu überschreiben und USE ADDRESS würde dann immer für OTA Updates verwendet, anstelle der eigentlichen IP-Adresse unseres Gerätes. Dieser Parameter wird interessant, wenn ihr schon eine statische IP-Adresse vergeben habt, das Programm hochgeladen habt, jetzt aber die statische IP-Adresse ändern möchtet. Dann möchtet ihr das Update ja noch auf der alten IP-Adresse vornehmen. Für diesen Fall gibt es dann den Parameter USE ADDRESS, über den ihr die alte IP-Adresse angeben könnt, aber in der IP-Konfiguration steht dann die neue IP-Adresse unter Static IP. Somit flasht ihr als neue IP-Konfiguration die neue IP, aber auf die IP-Adresse der alten IP. Ich hoffe, man konnte das so in etwa verstehen. Den Punkt Access Point haben wir ja auch bereits kennengelernt. Wenn wir hier noch einmal in die Konfiguration gucken, erinnern wir uns, wir haben hier diesen Fallback Access Point bereits automatisch angelegt bekommen, welcher aktiviert wird, wenn unser normales WLAN nicht zu erreichen ist. Bei diesem Access Point haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, das Ganze noch genauer zu definieren. Aktuell geben wir ihm einfach nur vor, welche SS-ID und welches Passwort er verwenden soll. Wir haben hier aber optional noch die Möglichkeit, dem Access Point direkt festzusagen, welchen Kanal er benutzen soll, unter welcher IP-Adresse der Access Point erreichbar sein soll und nach welcher Zeit dieser Access Point aktiviert werden soll. Heißt, wie lange soll der ESP vorher versuchen, dem WLAN beizutreten, bevor er unseren Access Point startet. Der Standard, wie wir sehen, ist hier auf einer Minute eingestellt und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen möchten, unser Access Point, der soll immer auf Kanal 7 laufen, dann müssten wir hier hergehen und unter dem Passwort einfach schreiben, Channel Doppelpunkt Leertaste 7. Die Einrückung ist wie immer zwei Leertasten weiter als der übergeordnete Eintrag AP Doppelpunkt und somit hätten wir unseren Kanal des Access Points schon definiert. Das war's mit dem Access Point auch schon. Jetzt sind wir wieder bei den Parametern unserer WiFi-Komponente. Auf EnableMDNS und Domain möchte ich nicht weiter eingehen. Die sind für die meisten wahrscheinlich eh irrelevant, aber RebootTimeout könnte für den einen oder anderen vielleicht doch interessant sein, denn dieser gibt an, wann der ESP neu startet, wenn keinerlei WLAN-Verbindung existiert. Der Standard steht hier auf 15 Minuten, das heißt, nach 15 Minuten ohne irgendeine WLAN-Verbindung startet der ESP neu. Möchte ich dieses Verhalten nicht, dann habe ich die Möglichkeit, über den Parameter RebootTimeout, indem ich diesen auf 0 Sekunden setze, dieses Verhalten zu deaktivieren. Das heißt, dann startet der ESP gar nicht neu. Das können wir auch mal eben machen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Parameter der Komponente WiFi, also zwei Leertasten davor, Reboot-Timeout Doppelpunkt 0s. Und somit hätten wir den Neustart nach 15 Minuten deaktiviert. Ein weiterer Punkt, der das Neustarten bzw. den Sleep-Modus von unserem ESP betrifft, ist der Power-Safe-Mode. Umso höher wir diesen Power-Safe-Mode einstellen, umso weniger Strom braucht natürlich unser Produkt, aber wir riskieren dadurch auch, dass unser Projekt nicht mehr erreichbar ist zu gewissen Zeiten. Hier sehen wir auch noch einmal Power-Safe-Mode und Non. Darüber garantieren wir, dass das WiFi dauerhaft aktiviert ist. Im Status High wird bei Nichtnutzung die WLAN-Verbindung abgeschaltet. Über den Parameter Output Power haben wir jetzt noch die Möglichkeit, ihm zu sagen, wie stark denn das WLAN-Signal überhaupt sein soll. Also, wie sehr verstärkt unser WLAN-Signal gesendet werden soll von unserem ESP. Der Standard für ESP 8266 sind 20 Dezibel. Und hier sehen wir auch direkt eine Warnung. 20,5 Dezibel kann zu unerwarteten Neustarts führen. Wahrscheinlich wegen Stromproblemen. Der Standard steht auf jeden Fall auf 20 Dezibel. Gültige Werte sind 10 bis 20,5 dB. Daher hier hinten der Hinweis, 20,5 dB könnte zu unerwarteten Neustarts führen. Also, ich würde empfehlen, den Standard einfach zu lassen. Alternativ, wenn ihr eure Sendeleistung runterschrauben möchtet, dann könnt ihr wie gesagt bis auf 10 Dezibel runter. Müsst ihr dann halt mal schauen, ob die Sendeleistung dann noch reicht. Als letzten Parameter, auf den ich noch eingehen möchte, haben wir hier den Punkt Fast Connect. Und dieser Parameter steuert, ob bei Neustart erstmal ein Scan angemacht werden soll, welche WLAN-Netzwerke alle zur Verfügung stehen oder ob er sofort zu dem angegebenen WLAN-Netzwerk verbinden soll. Sollte es sich bei eurem WLAN um ein verstecktes WLAN handeln, dann müsst ihr Fast Connect aktivieren und es kann die Verbindungsgeschwindigkeit drastisch erhöhen. Standardmäßig ist dieser Parameter ausgeschaltet. Ausgeschaltet ist der Parameter deshalb, das lesen wir hier unten, wenn wir dieses Fast Connect aktivieren, verbindet er zwar schneller, es kann aber dadurch vorkommen, dass der ESP in ein schlechteres Netzwerk verbindet, denn er verbindet in das allererste Netzwerk, welches er sieht. Wenn ihr jetzt mehrere Repeater habt, auf die er verbinden könnte, dann nimmt er einfach den ersten und überprüft gar nicht mehr, welcher denn jetzt eigentlich die beste Verbindung liefert. Also dieser Parameter ist mit Vorsicht zu genießen. Ich würde erstmal sagen, aktiviert ihn nur, wenn es sich wirklich um ein verstecktes WLAN handelt. So, wechseln wir noch einmal in ESPHome in unser Projekt. Die WiFi-Komponente haben wir jetzt soweit abgearbeitet, haben uns alle relevanten Parameter einmal angesehen und besprochen. Das einzige, was jetzt noch offen ist, ist hier unten der Eintrag Captive Portal und diesen möchte ich euch auch noch eben abschließend kurz erläutern. Wir erinnern uns, dieser Access Point Eintrag ist dafür, dass wenn unser hier oben definiertes WLAN nicht erreichbar ist, dann startet unser ESP einen eigenen WLAN Access Point, über den wir in der Lage sind, uns mit diesem WLAN zu verbinden, um mit unserem ESP zu kommunizieren. Aber was bringt uns denn dieses WLAN? Wir haben prinzipiell erstmal nur über diesen Access Point trotzdem keine direkte Möglichkeit, unser Gerät zu konfigurieren. Und genau darum kümmert sich der Eintrag Captive Portal, denn dieser sorgt dafür, dass wenn der Fallback-Mechanismus greift, weil unser WLAN hier oben nicht zur Verfügung steht, dass dann nicht nur der Access Point gestartet wird, sondern auf diesem Access Point wird uns dann auch eine Webseite zur Verfügung gestellt, über die wir unsere WLAN-Konfiguration ändern können oder sogar ein OTA-Update durchführen können. Werfen wir dafür mal einen kurzen Blick in die Dokumentation. Hier können wir auch direkt noch einmal lesen, dass Captive Portal ein Fallback-Mechanismus ist für den Fall, wenn die normale WLAN-Konfiguration fehlschlägt. Im Standard, wie wir eben gesehen haben, nach einer Minute startet er dann den Access Point und wenn Captive Portal eben mit in der Konfiguration eingetragen ist, dann startet er zusätzlich hier diese Webseite. Das heißt, wir können anschließend auf unseren Access Point verbinden und hier über diese Webseite unsere WLAN-Konfiguration vornehmen. Das heißt, wir wählen einfach eins der verfügbaren WLAN-Netzwerke aus, geben dann unser Passwort ein, speichern. Die Einstellungen werden automatisch aktualisiert und unser ESP ist wieder im WLAN. Alternativ können wir hier auch zum Beispiel als OTA-Update eine Binary-Datei auswählen, auf Update klicken und unsere neue Software auf den ESP hochladen. Ich würde sagen, das schauen wir uns einmal kurz an. Dazu trage ich jetzt hier einfach noch mal eine ungültige Zugangskennung ein und sage Installieren. Wir sagen mal Plug into this Computer. So, die Installation ist abgeschlossen und wir sehen, wie zu erwarten war, das Gerät bleibt offline. Denn die WLAN-Zugangsdaten sind natürlich jetzt nicht mehr korrekt, also kann ESP Home auch nicht mehr mit unserem Home Assistant kommunizieren. Heißt, jetzt müssen wir erstmal eine Minute abwarten. Diese Minute Wartezeit, die können wir schon mal nutzen und zwar holen wir uns hier schon einmal das Passwort zu unserem Fallback-Hotspot, denn wir warten ja gerade darauf, dass unser ESP diesen Hotspot hier startet. Schauen wir jetzt also mal, welche WLAN- Netzwerke inzwischen verfügbar sind und da sehen wir auch schon den Test 1 Fallback-Hotspot. Diesen wählen wir aus, automatisch verbinden brauchen wir nicht und klicken auf Verbinden. Jetzt fragt er uns nach dem Netzwerk-Sicherheitsschlüssel. Das ist also unser WLAN-Passwort. Das tragen wir hier ein, sagen weiter. Die Frage, ob unser PC gefunden werden soll, beantworte ich mal mit Ja. Und nachdem die WLAN-Verbindung nun aufgebaut wurde, werden wir sofort auf die Homepage weitergeleitet, die gerade von unserem ESP zur Verfügung gestellt wird. Und dabei handelt es sich jetzt um die Web-Oberfläche, die uns eben durch Captive Portal zur Verfügung gestellt wird. Wie wir hier sehen, ist der ESP unter der statischen IP-Adresse, die wir hinterlegt haben in der Konfiguration, ebenfalls über den Access Point erreichbar. Haben wir jedoch keine manuelle IP-Vergabe in der Konfiguration vorgenommen, dann wäre diese Web-Oberfläche unter der 192.168.4.1 erreichbar. So, das heißt, diese Web-Oberfläche können wir jetzt nutzen, um die WLAN-Einstellungen unseres ESPs zu korrigieren. Das mache ich jetzt mal. Ich wähle hier mein WLAN aus, trage jetzt hier mein Passwort ein und sage speichern. Dann sagt er uns jetzt hier, der ESP wird nun versuchen, in das neue Netzwerk zu verbinden. Man soll ihm ein bisschen Zeit geben und man soll daran denken, in der YAML-Konfiguration die Zugangsdaten zu ändern, weil man ansonsten mit dem nächsten Over-The-Air-Update diese Einstellungen wieder überschreibt. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Angabe noch aktuell ist, denn ich hatte das letzte Mal das Gefühl, dass ich ein ESP Home Update gemacht habe und die Einstellungen trotzdem beibehalten wurden. Aber sollte man im Hinterkopf behalten, besser ist es sicherlich, die Daten entsprechend zu aktualisieren oder man muss sich damit abfinden, gegebenenfalls immer mal wieder sein WLAN hierüber aktualisieren zu müssen. Dann schauen wir jetzt noch mal in die verfügbaren WLAN-Netzwerke. Wir sehen, der PC hat schon wieder in meinen Standard WLAN verbunden, aber der Hotspot ist noch da. Das kann jetzt zwei Gründe haben. Entweder haben wir uns bei dem Passwort vertippt oder der ESP hat den Neustart nicht sauber durchgeführt, was bei mir auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist. Ich empfehle an dieser Stelle einfach mal den ESP einmal von Hand zu resetten. Ich persönlich drücke jetzt gerade mal den Reset-Taster. Ihr könnt auch einmal den Strom abziehen und neu anstecken. Und wenn wir jetzt nach dem ESP-Neustart noch mal unsere WLAN-Liste aktualisieren, dann sehen wir, der Hotspot ist verschwunden und insofern sollte jetzt ja wohl unser Gerät auch wieder online sein. Das heißt, die Aktualisierung der WLAN-Einstellungen unseres ESP-Home-Gerätes über die Webseite von Captive Portal hat funktioniert. Soviel zum Thema WLAN-Einstellungen in ESP-Home-Konfigurieren. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr aber noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Auf unserem Discord werden täglich viele interessante Themen rund ums Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns nämlich an, wie man fertige ESP-basierte Geräte wie ein Zone of Touch oder Zone of Basic oder ähnliches direkt in ESP Home bequem und einfach einbinden kann. Und bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!